Schönen guten Abend aus Westschweden. Ich bin Stefan von Ankerkraut und das ist The Taste of Ankerkraut. Und heute machen wir Tortillas aus Schweden und aus Mexiko. Und welche besser schmecken, finden wir nachher gemeinsam raus. Und als Höhepunkt des Abends werden wir die schärfste Wurst Schwedens essen mit Carolina Reaper. Ich habe jetzt schon Angst, weil das werde ich nämlich essen müssen. Aber ob das klappt, ob ich das überlebe, werden wir nachher sehen. Jetzt geht's los. Steak, Gewürze, andersrum. Taste of Ankerkraut aus Westschweden. Eines der besten Sachen, die ich gemacht habe diese Woche. Diesen Monat. Das ist so scharf. Nur beim Kauen im Mund schon. Hängt alles an zu brennen. Dill, süß, Lachs. Du musst ehrlich sein, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Das ist so süß, ich weiß nicht, wie ich die Woche einigep 짜st. Und wie ich replacement the Ich war heute nicht nur den ganzen Tag in der Nordsee und der Sauna, was man hier so in Schweden macht, sondern ich war heute Morgen auch bei Scharkusken, eine der besten Metzgereien, die es in Schweden gibt. Und da habe ich mir dieses tolle Ribeye Steak besorgt vom schwedischen Rind. Der eine Gründer hat eine Rinderfarm, der andere Gründer hat eine Schweinefarm. Super leckeres Fleisch, sah alles ganz toll aus. Nebenbei auch noch ein paar andere Sachen. Lamm, Lammfrikadelle, die schärfste Wurst von Schweden. Dann waren wir mit Chef Thomas auf seiner Farm und haben ein paar Karotten, Grünkohl, rote Beete und Zwiebeln besorgt. Die verarbeiten wir heute auch auf dem Grill. Was für Tortillas gibt es heute? Die schwedischen. Schwedische Tortillas sind natürlich mit Lachs, mit Sauerrahm, mit Blaubeeren, mit schwarzer Johannisbeere-Konfitüre. Ein bisschen Rapsöl kommt dazu. Das Ganze wird garniert mit Grünkohl. Die mexikanischen Tortillas sind klassisch mit Avocado, Limette, Koriander, Tomate, Rindfleisch, ein bisschen Sour Cream, ein bisschen Käse oben drüber. Ich bin sehr gespannt, welche besser schmecken werden. Und das kriegen wir jetzt raus. Wir sind heute in Boislen, einer Gegend in Westschweden. Und wir sind im Ramsvik. Das ist sowas wie ein Paradies für Kinder. Ein Campingplatz riesig groß. Wir wohnen in einem kleinen Häuschen. Ganz toll hier. Schöner Strand. Zwei Saunen. Das Meer ist relativ warm mit 18 Grad. Es ist furchtbar schön. Wer Urlaub machen möchte mit seinen Kindern, dem empfehle ich das hier. Ganz toll. Ich war heute morgen eine Runde laufen. Da gibt es einen Pfad, wo Kinder Rätsel machen müssen und Steine hochklettern. War für mich als alten Mann relativ anstrengend. Ich glaube, hier werde ich mit meinen Kindern auch nochmal herkommen. Es ist sehr, sehr schön. Und jetzt geht es los. Jetzt geht es an den Grill. Ich mache das Steak und den Lachs. Wir haben ein dickes und ein dünnes. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Zack. Das Steak braucht so zehn Minuten ungefähr, weil ich das ein bisschen angrille, links und rechts. Und dann lege ich das an die Seite. Und dann mache ich auch den Deckel zu. Es riecht übrigens sehr gut. Das ist gutes Fleisch. Das freut mich. Ein bisschen Möhrchen. Kann man zwischendurch auch schon mal ein bisschen salzen. Wie schneidet man Avocado auf? Ganz einfach. Man macht genau einen Mittelschnitt. Dann dreht man das einmal. Dann teilt man das auf. Das Fleisch lege ich jetzt vom Grill runter an die Seite und dann kann das schön durchziehen. Den Fisch wickele ich in Alufolie ein. Ich nehme mal zwei Stücken. Und das Ganze würze ich mit unserem Nordic-Fischgewürz. Leider haben wir ja noch keine Gewürze für Schweden. Die kommen aber raus, wenn es die Videos gibt hier. Ich denke mal, ein Fischgewürz wird das auch werden. Weil das hier, das weiß ich jetzt schon, das schmeckt relativ lecker. Und einfach auf den Grill rauf. Das drehe ich gleich nochmal ein bisschen um, damit die Seite hinten auch ein bisschen durchziehen kann. Und dann kümmern wir uns mal auf das, was in die Tortillas reinkommt. Nämlich erstmal mache ich Mexiko. Das heißt Tomate. Schön klein schneiden. Avocado haben wir schon. Schneide ich mit dem Messer ein bisschen klein. Und suche mir mal eine Gabel. Bin gleich wieder da. Eine Gabel. Damit machen wir die Avocado ein bisschen klein. Spart nicht mit Koriander. Das ist so lecker. Bisschen Salz. Das hier ist das Barbecue-Salz von Ankerkraut. Bisschen Pfeffer. Steak Pfeffer Nummer 1. Und, tadaa. Chili. Ich muss einmal eben gucken, ob das scharf ist. Nö, gar nicht. Naja, egal. Limette. Nektar der Götter. Ich liebe es. Lauchzwiebeln. Frisch aus der Erde. Da machen wir mal ein bisschen was drauf. Das muss schmecken. Schön hauchdünn schneiden. Fertig ist die Guacamole. Ich gucke mal, ob das gut geworden ist. Perfekt. Machen wir das mal ein bisschen warm. Ganz kurz. Ich glaube, wir können mal ein Stückchen von dem Steak nehmen. Wow. Westschweden. Es windet. Sehr. Während das Steak ruht, tun wir mal Schwedens schärzte Wurst auf den Grill. Damit wir die auch gleich mal probieren können. Ob ich mit den Fingern wohl noch irgendwas anfassen kann. Also außen ist sie auf jeden Fall noch nicht so scharf. Oh. Doch. Das brennt schon ziemlich auf der Zunge. Oh. Da muss ich ehrlich sein, da habe ich ein bisschen Angst vor, glaube ich. Wollt ihr mal ein bisschen näher rankommen und sehen, wie ich das anschneide? Kommt mal her. Guckt mal hier. Ich nehme mal ein bisschen was von dem Fett ab. Gucken wir uns das mal an. Mh. Guckt euch das mal an. Ich würde sagen, Garpunkt. Perfekt getroffen, Herr Professor. Und den einen, den hat der kleine Stefan im Laden immer sofort gegessen. Boah. Geiles Fleisch. Wahnsinn. So. Tortilla. Zack. Nicht zu voll machen. Ich mache die eh immer zu voll. Ich sage das immer, ich weiß das auch. Da legen wir dann richtig schön Rindfleisch rauf. Och, guckt euch das mal an. Och. Ist das schön. Ist das lecker. Steak. Siehst du mich? Hörst du mich? Bisschen Sour Cream. Bisschen Käse. Noch ein bisschen Pfeffer. Zack. Das Ganze legen wir noch mal kurz auf den Grill. frische, frische Möhren mit ein bisschen Rauch dran. Halb durch. So lecker. Nicht nur Fleisch ist lecker. Nicht nur Gewürze sind lecker. Nein, Gemüse ist auch lecker. Ich offenbare mich heute. Meistens ist Gemüse lecker. Manchmal ist Gemüse lecker. Was kommt auf das schwedische Tortilla? Das wichtigste in Schweden. Gräpfel. Sauerrahm. Machen die hier auf fast alles rauf. Super lecker. Bisschen Nordic Fisch. Da sind ganz viele gute schwedische Kräuter drin. Blaubeeren. Die wachsen hier übrigens in jedem Wald. Da sinkt eine Möwe. Oh. Hallo. Also sinkt. Nicht sinkt mit K, sondern mit G. Das fliegt da schon mal ganz gut aus. Ich hatte versprochen, dass da auch ein bisschen grünes Zeug raufkommt. wir machen einfach mal etwas Grünkohl rauf. Ich schneide mal den Strunk in der Mitte raus. Und dann so kleine schöne Scheibchen. Bisschen Limettensaft. Salz. Und schwarze Johannisbeere Gelee. Nicht zu viel, das ist natürlich krass, weil das sehr süß ist. Ja, Leute, ihr braucht auch gar nicht lachen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man hier so zwei Gerichte vor sich hin jongliert und dabei dann auch noch die ganze Zeit irgendwas erzählen muss. Fisch ist durch. Nehmen den einfach direkt hier raus. Macht den einfach direkt drauf. So, was haltet ihr von meinem schwedischen Tortilla? Oder wie die Schweden sagen Dordillo. Das ist egal. Ein bisschen Käse machen wir auch noch drauf. Guckt euch das mal an. Moment. Ich besorge eben mal einen Teller, wo wir das anrichten und dann geht's los, dann probieren wir. ja. Musik Die Entscheidung. Ich bin am Jurytisch angekommen und es gibt Mexiko, Schweden und Hölle. Ich fange mit Mexiko an. Das wird für Schweden ganz schwer werden. Mann, sind die gut geworden. Als ob ich direkt irgendwo in Cabo sitze am Strand. Sehr lecker. Eines der besten Sachen, die ich gemacht habe diese Woche. Diesen Monat. Dieses Jahr nicht. Schweden. Krass. Dill, Süß, Lax. Ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Jetzt kam gerade die Säure durch von den Blaubeeren. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich glaube Schweden. Weil das ist einfach richtig lecker. Jetzt kommt allerdings das, was ich eigentlich nicht machen möchte. Jetzt muss ich das essen. Ist es okay, wenn ich das erstmal berühre mit der Zunge? Ja, ne? Ah, ah. Ah, ah. Kamera sagt, hm, hm. Ich mache es trotzdem. Mann, das ist richtig scharf, ey. Das ist richtig scharf. Scheiße. Mann, das ist richtig geschehen. Mann. Mann. Mann, das ist richtig scharf. es tut mir wirklich leid das kann man nicht essen das ist so scharf nur beim kauen im mund schon fängt alles an zu brennen ich brauche irgendwas diese wurst ist offiziell die schärfste wurst die ich jemals in meinem leben hatte und ich will sie nie wieder essen ich beruhige mich jetzt wieder ich glaube ich mache gleich mal ein bierchen auf kocht das mal nach ihr werdet damit eure freunde überraschen können aber diese wurst wenn ihr in schweden seid kauft sie nicht das war the taste of ankerkraut aus westschweden ich genieße jetzt noch den abend und sage tschüss bleibt würzig als höhepunkt des abends gibt es noch schwedisch jetzt geht's los steak gewürze andersrum wie auch immer die entscheidung ist da die wurst ist scharf die ist draußen schon scharf ach du miste so als ob man dann so einer kleinen roten birdseye lutscht oh ich muss gleich mal gucken ob ich ein bier irgendwo in der nähe habe oder was zu trinken weil wenn ich die wurst esse und die ist richtig scharf dann muss ich irgendwas trinken vielleicht trinke ich auch einfach das öl aus